Ich bin aufgeregt, dass sie zu schnell gestorben sind und so. Zumindest bei vielen Sachen dann. Vielleicht bei meinen anderen eben schon auf Wunderschaft gehen müssen. Naja. Egal. Was für ne Weltland ist denn, wenn du in die Schwarze in das Wormloch reingehst? Keine Ahnung, in irgendwelche komischen Welten. Ne. Kann ja machen, wenn wir aufgehört haben, machen wir eine neue Welt und probiere das mal aus. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Welt ist oder ob das eine parallele Welt ist, kann ich dir nicht sagen. Hab ich nicht auf ne Karte geguckt, weil ich wusste nicht, dass es auch ne Karte gibt. Oh, schlecht. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht mal nachgeguckt. Trotzdem bist du schlecht. Vor allem ist das geil, wie der dann alle Sachen verliert, wenn er stirbt, ne? Ist aber auch zum Kotzen eigentlich. Bogen wechseln sie. So. Und die nehm ich wieder mit. Vor allem könntest du normalerweise bei diesen Schweinedingen deinen Safe machen und deinen Lager bauen. Ja, hab ich gerade auch. Mach ich gerade auch. Ja. Ja, ich brauch erstmal wieder alles, was ich bauen kann. Ja. Nicht nur du. Ich muss gleich mal Holz. Holz sammeln. Was? Das Ding ist direkt am Wasser. Ja. Ist das das Monster? Jo, das ist das Monster. Ich seh gerade den Schatten. Aha. Wie gruselig. Wie gruselig ey. Oh, heulach. Hast du nicht weinen. Voll creepy. Aber man kann 20 Stück nur aussammeln. Was? Von Holz. Achso, okay. Ja, aber kannst du doch den zweiten Slot öffnen oder nicht? Ne. Ja, ich weiß, du hast ein Nagenproblem. Ich weiß, du willst das... Haut ab! Böse Monster, haut ab! Man kann keinen zweiten öffnen. Okay. Dafür. Deswegen muss ich jetzt mal Samen essen hin. Naja. Und die Sonne geht schon wieder runter. Oh, cool. Ich hab auch... schon so viele... Zweige. Ich brauch nur noch Gold. Dann geh ich hier runter, mach die Maschine und dann geht's ab. Will ich hoffen. Ja, ich brauch... Du musst unbedingt einen Jammer ausfüllen. das tut einem so hungry jawohl die nacht überstanden ich bin da meine konnte ist das alles so kaputt muss man versuchten was packen das weiß ich nicht gerade die bock die bühne und versuchen rechtzeitig das von den kaputt zu machen dass ich mir noch nicht stoppen kann noch da gibst du nicht raus ich weiß nur wenn du es geht wieder dunkel kaum lagerfeuer aufmachen meine achse ist kaputt noch mal schnell neuer und koppel koppel du kannst du nicht kochen die karotten und dass sie da mehr geben muss auch an anscheinend brücken bauen können also was 68 wenn ich ein esse jetzt habe ich 81 noch mal eine rohe habe ich habe ich habe 34 33 80 eine rohe karotte 92 und kochen mal gucken ich muss erst mal alle kochen kurz da kann man bestimmt auch die mushrooms kochen so ich habe jetzt 89 dann habe ich 101 13 ich habe auch eine blumenkrone ja cool noch mal gemacht ja ich brauche stein ich verbrenne jetzt mal die holzbrenzen mal jetzt brennt ganz schön gut das liebt was hier ach sleep dart ist ein schlafffall ich kann glaube ich dann den tot an mir schnappen du bist eine dreckse warte mal klicke ich denn nein du steine suchen das ist gämlich nervig kotzen bringt aber spaß das spiel jawohl ich habe eine feder von dem vogel bekommen kratzen kann ja ich weiß gar nicht was mit der feder machen soll ich weiß nicht für was man den braucht ins werk saving muss man weg damit ich brauchte ihn nicht ehrlich darum sind meine fallen auch nur zusammen sammeln 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 ich habe keinen platz mehr wo ich jetzt kochte bären habe was ist das 181 176 da gibt man hören was runter wenn ich da jetzt ist jawohl und da kommt immer neue webbets was hat mich ich habe keinen platz mehr was schmeiß ich weg die scheiß blume keine ahnung was das und da was neues kommt ja kann platz mehr dafür ach du auch kannst du aufbrennen soweit ich weiß ja ich mach das geil ist nachts ich halte mich gerade schon in hunger ist ein stein 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 also hier geht es schon mal nicht weiter ok holz fang holz fang holz fang nein nein ich muss mich mit der fackel hoch halten ich habe keine holzkohle bist du schlecht mach doch das andere feuer das macht ja ich hab's gleich auch das bestimmt genug holz dafür oder habe ich auch heute nicht wieder alles an hier anbrennen hat den scheiß baum an das sind dumme bienen ist nicht das ist voll so aus ob die vier augen haben nicht schmeißt bei ihm die asche weg ich komme weg damit ähm das war ein neuer axs bauen und sein sammeln zack zack ich brauche flints aber noch zu wenig flints die sind zehn stücken selbst für gras habe ich schon keinen platz mehr ich koche gerade die ganzen karotten ja davor habe ich schon wieder den zweiten slot nur extra karotten boah halleluja ey erstmal weiterlaufen und gucken hier ich muss doch echt stein finden meine frisse ey ja ja geröstete samen zack 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 ohne stein und gold kann ich mir auch keine zeitmaschine machen ja ich brauche auch nur noch gold ach hier das kaninchen guck hast du die immer noch nicht? nein ich finde dieses scheiß gold nicht äh ich habe was gerade ein baum ausgetrocknet bei mir ja ich muss gleich noch in eine richtung laufen und wenn ich da nix finde dann ist noch ein bisschen kacke zack was habe ich denn noch was ich machen kann was haben die Bienen hier sind eine Axt und eine Spitze habe ich noch ja mhm Holzkohle habe ich auch noch was sagt denn die Karte ey ahja da ist hier viel Wasser ringsrum es gibt es auch Stellen da kannst du dann rüber auf eine andere Seite laufen ja aber da brauchst du irgendwie die Bretter oder so ne ne es gibt es auch so wo du woanders rüber laufen kannst meistens ja das ja das habe ich auch schon gesehen aber es gibt auch so kleine Spalten wo man drüber laufen könnte mhm es wird zu lang gar nicht dunkel naja komm ja lauf mir da los ach ja das ist schon mal gut dass das mit dem Essen klappt naja dass ich wieder durchgestorben bin äh wo ich die Bretter gefunden habe das hilft ja gar nicht so viel Alter wie viel Essen musst du denn die ganze Zeit das ist doch kacke ganz ehrlich ja das wollen wir mal die ganze Zeit durch die Gegend ne du hast ja nicht mal die Möglichkeit irgendwie einfach zu sagen ja das hält sich irgendwie an eine bestimmte Dauer oder so an das Essen nein aber du brennst ja die ganze Zeit auch durch die Gegend ja aber dennoch hab ich grad Schweine die hier nämlich normalen Weg lang laufen weil die Schweine tun die nämlich nix äh ich hab ne Pickaxe gefunden nice und start ne nein jetzt hab ich keinen Platz da ist diese Kackbär aber ich hab noch ne Pickaxe wozu bau ich die für gar nix wenn ich grad echt nicht gebrauchen Essen ich stopf mich grad mit allem was ich finde einfach grad dazu mhm ne ich hab sonst keinen Platz mehr ich brauch nur unbedingt Gold mhm na bei mir wird's gleich ganz dunkel wieder ok ok ich hab jetzt zwei Slots nur mit Gras haha yay du kannst 40 Grasbüschel mitnehmen ich weiß ich hab 44 ich hab 67 dann Lagerfeuer zack und bisschen Gras verbrennen oh da oben ist ne Korotte einfach direkt wieder essen so oh nein ich mach unbedingt da ist n Scha- was ist das denn Büffel alter was ist ja fett nice kannst du dir ja auch reiten irgendwie dann glaub ich glaub ich muss noch mehr ein bisschen über das Spiel informieren haha du kannst bei Rasm